Ja, endlich ist er da, der Frühling. In den nächsten Tagen werden wir so über 20 Grad bekommen und das in ganz Deutschland. Und dann atmet man doch wieder raus, macht die Fenster auf, geht mal auf die Terrasse und holt tief Luft. Und dann kommt das nächste. Jetzt kriegt man so richtig schönen Bewegungsdrang wieder. Man möchte sich einfach ein bisschen trainieren, ein bisschen fitter sein, vielleicht auch noch was für die Winterfigur machen, also die Sommerfigur, die im Winter ein bisschen gelitten hat, aber das Ganze mit möglichst wenig Aufwand. So zumindest geht es mir und genau für solche Typen wie mich und auch die Damen natürlich haben wir jetzt ein paar Produkte für sie. Und ich habe zwei reizende Damen hier mit im Studio, nämlich Diana und Vivian. Und die werden uns jetzt mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Trainieren ohne große Anstrengung und das mit verschiedensten Produkten. Und du hast schon das Erste in der Hand und das sieht man erstmal gar nicht aus wie ein Sportgerät. Nee, das sieht auch gar nicht aus wie ein Sportgerät. Und ja, wir haben uns ja auch alles hier gemütlich auf der Couch gemacht, liebe Zuschauer. Denn das ist ein tolles Sportgerät, mit dem Sie von zu Hause aus Ihren Bauch trainieren können. Und gerade der Bauch, Ralf, ist ja eine ganz, ganz kritische Stelle. Die meisten Menschen haben zum Beispiel schöne schlanke Beine, tolle Arme, aber am Bauch, da merkt man wirklich jedes Fündchen. Und deshalb möchte man diese loswerden, liebe Zuschauer. Normalerweise denkt man, dass man da am Morgen 500, 600 Sit-Ups machen muss, um einen schönen, straffen, schlanken Brauch oder sogar ein Sixpack zu bekommen. Das Ganze geht einfacher, bequemer direkt von der Couch aus. Und hier sehen Sie, wie unser EMS Bauchmuskel- und Sixpack-Trainer angebracht wird. Das werden wir Ihnen gleich aber hier auch nochmal live zeigen. Und damit lasse ich jetzt die Bauchmuskulatur trainieren, Ralf. Und das komplett ohne Sit-Ups oder ohne körperliche Anstrengungen. Das wollen wir nochmal sagen, das sind selbstklebende Pads dran, also genau sechs Stück. Und die platziere ich eben. Und das in der Mitte, das ist der Kontrollknopf, an dem ich alles einstelle. Mehr brauche ich nicht. Und jetzt kann ich mich bewegen. Und da sehen Sie jetzt gleich eine Schutzfolie obendrauf. Die natürlich runter machen, aber nicht wegwerfen, weil Nachgebrauch wieder drauf machen, um natürlich diese Elektroden hier zu schützen. Übrigens, da brauchen Sie auch keine Angst haben. Das ist zwar Elektrostimulanz, aber das ist in einem Bereich, der auf gar keinen Fall irgendwelchen Schaden anrichten kann. Das ist einfach nur angenehm und ich trainiere effektiv. So, Diana steht auf. Ich auch. Mach mal den Bauch frei. Jawohl, mach das mal. Und dann sehen Sie auch gleich, wie leicht das ist mit der Anwendung. Bauch frei geht natürlich bei den Herren genauso. Also auch meine Herren, Sie können damit effektiv trainieren. Und jetzt ist alles ein Kinderspiel, oder? Wichtig ist nur, dass man kurz einmal schaut oder nachfühlt, wenn man so ein bisschen die Luft anhält. Wo ist denn der erste Bauchmuskel? Und dementsprechend positioniert man dann die ersten zwei Elektrodenpads und lässt die anderen einfach nur auflegen und klebt sie dann dementsprechend auf. Wir können hier die Fernbedienung, die mit zwei Druckknöpfen festgemacht ist, abnehmen. Und dann sehen Sie einmal die Startfunktionen, genauso wie Plus und Minus. Und das ist schön, denn wir haben ein voreingestelltes Programm, das läuft 23 Minuten. Und das Einzige, was Sie machen, ist die Intensität auswählen. Und da sollte man sich Tag für Tag immer ein bisschen steigern. Oder wenn Sie das auch nur alle zwei Tage, alle drei Tage oder sogar, wenn Sie es einmal die Woche machen, liebe Zuschauer, ist das wirklich schon sensationell. Einfache Bedienung, wie gesagt, die Fernbedienung nehmen wir ab. Dann schalten wir das Gerät einmal ein und dann sehen wir an der Seite so eine kleine rote LED, die dann leuchtet. Und dann können wir, wie gesagt, über Plus und Minus einmal auswählen, wie hoch die Intensität sein soll. Und 23 Minuten läuft jetzt das Programm. Und wenn die Diana sich mal zur Seite dreht zum Beispiel, sehen wir wirklich ganz, ganz schön, wie flach das hier am Bauch aufliegt. Also ich kann das theoretisch unter meiner Kleidung tragen. Ich könnte jetzt das T-Shirt einmal drüber machen zum Beispiel und Sie würden nichts mehr erkennen. Das heißt, auch im Alltag wirklich sehr, sehr schön tragbar, kann man super verstecken. Und natürlich, wenn Sie möchten, dann auch einfach zu Hause da einfach das Shirt drüber ziehen und dann geht es auch schon los. Effektiv 23 Minuten am Tag. Sechs Gelelektrodenpads, die wir passend für die Fernbedienung haben. Das ist wirklich sensationell, liebe Zuschauer. Und Sie sehen, die Fernbedienung kann ich dann entweder wieder aufkleben, beziehungsweise dranklippen oder einfach runterlegen. Die Intensität in 15 Stufen regulierbar. 40 Gramm leicht ist der Bauchmuskel- und Sixpack-Trainer. Und das ist toll. Und für all die Damen da draußen, die jetzt sagen, ich möchte doch wirklich einen schönen, flachen Bauch haben. Aber ein Sixpack ist jetzt nicht unbedingt das Richtige für mich. Das sagen viele Frauen. Zu muskulös finden wir nicht schön. Da möchte ich Sie direkt entwarne, liebe Zuschauer. Denn bei einer Dame ist es sowieso schwieriger, Muskulatur aufzubauen, da wir Frauen nur 1,8 Kilogramm Muskulatur pro Jahr zulegen können. Bei den Männern sind das 7 Kilogramm. Das heißt, ein Mann wird viel schneller ein Sixpack bekommen als eine Frau. Und wenn Sie hier trainieren und sagen, jetzt ist der Bauch perfekt, dann bleiben Sie einfach auf der Intensitätsstufe, auf der Sie gerade sind, auf der Sie trainieren. Und dann gehen Sie einfach nicht höher und dann werden Sie dementsprechend dieses Ergebnis beibehalten. Ja, richtig. Also effektiv, aber auch für die Männerwelt und Sie können ruhig ein bisschen länger trainieren, es wird deutlich sichtbar. Da können Sie sich jetzt überlegen, mache ich täglich ein paar hundert Sit-Ups oder 23 Minuten hier EMS, also elektrische Muskelstimulation. Und im Prinzip ist es das Gleiche, weil wenn Sie den Muskel anspannen, bewusst kommt ein Elektroimpuls an den Muskel und sagt ihm, spann dich an und dann entspanne wieder. Und genau das passiert hier permanent, aber jetzt halt elektrisch hier mit dem kleinen Kontrollteil. Das sagt laufend, anspannen, locker lassen, anspannen, locker lassen. Und das unglaublich effektiv. Und glauben Sie mir, mit 23 Minuten am Tag, die ich nebenher machen kann, hätten Sie ein unglaubliches Ergebnis schon nach wenigen Wochen. Und wenn ich als mal so in Zeitschriften blätter, was da alles gesagt wird über Bauchmuskeltraining, was ich alles machen muss, wie viel Sit-Ups, in welchen Situationen, in welche Richtung und so weiter, dann muss ich sagen, ist das natürlich perfekt, um die Bauchmuskulatur hier bequem, aber trotzdem sehr, sehr effektiv zu trainieren. Absolut, denn die sechs Elektroden erzeugen elektrische Impulse, die die Muskulatur stimulieren, liebe Zuschauer. Und das hast du gut gesagt, Ralf. Das machen wir eigentlich auch, wenn wir uns aktiv bewegen. Nur das Schöne ist, dass Sie jetzt währenddessen auf der Couch sitzen können. Oder, dass Sie zum Beispiel einkaufen gehen in den 23 Minuten. Vielleicht möchten Sie aber auch kochen währenddessen, auch kein Problem. Und die Hausarbeit machen, egal was nebenher. Genau, gar kein Problem. Sie haben das gesehen, wenn die Diana das Shirt drüber zieht, das man wirklich absolut nichts sieht. Und das ist so fantastisch. Und Sie brauchen sich auch nicht abquälen. Gerade so Sit-Ups, Ralf, tun unwahrscheinlich auch im Nacken weh, wenn man mehrere hintereinander macht. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und vor allem auch da irgendwo eine Position zu finden, wo man sich mit den Füßen einhaken kann, sodass man einen stabilen Halt hat, ist wirklich sehr schwierig. Und deshalb sind einfach ganz, ganz viele jetzt von diesem EMS-Trend absolut begeistert. Denn, Ralf, hier kann ich in kürzester Zeit wirklich meine Erfolge bekommen. Und gerade jetzt für den kommenden Frühling, für den Sommer ist das so wichtig, dass Sie sich wohlfühlen in Ihrem Körper. Dass Sie sagen, mein Bauch gefällt mir, ich traue mich bei den Damen im Bikini, im Badeanzug, mit den Kindern, den Enkeln zum Schwimmbad zu fahren. Oder auch für die Herren, die sagen, ich habe eigentlich eine tolle Figur. Man sieht das oft bei Herren zum Beispiel, dass sie eine ganz schlanke Silhouette haben. Dass sie wirklich tolle, schöne, muskulöse Beine und Arme haben. Aber der Bauch, der ist dann doch nicht so, wie man sich das vorstellt. Und genau das kann ich jetzt hier trainieren. Und das wirklich mit ganz wenig Zeitaufwand und vor allem mit gar keiner Anstrengung. Ja, sehr, sehr effektiv hier. Jetzt speziell natürlich für die Bauchmuskeln bei Damen als auch bei Herren. Sie können sich auch als Paar ab und zu mal abwechseln und das integrieren in den ganz normalen Alltag. Also Sie müssen nicht 23 Minuten ruhig irgendwo sitzen. Nein, während Sie kochen, dann sage ich jetzt, mache ich gleich noch Sport. Ja, und das ganz einfach mit diesem EMS-Bauchmuskel. Und 6-Pack-Muskeltrainer. Es muss nicht im 6-Pack enden, wenn man das nicht will. Man kann sich einfach auch nur eine bisschen fittere Figur dadurch verschaffen, eben im Bauchbereich. Ein sensationelles Gerät, ganz einfach zu bedienen und vor allem sehr, sehr kostengünstig. Sie sehen es, 18,91 Euro für diesen hocheffektiven Bauchtrainer, also Bauchmuskeltrainer. Und meine Herren, auch wenn man ein bisschen mehr Bauch hat, das geht trotzdem sehr, sehr effektiv mit diesem Gerät. 18,91 Euro der Preis. Die Bestellnummer, die NX 8583 und die 569. Und damit kann ich ganz, ganz, ganz spezifisch und gezielt meine Bauchmuskeln trainieren. Und vor allem auch partnermäßig einfach mal wechseln. Übrigens diese Gel-Pads, die da drauf sind, die sind selbsthaftend. Da könnten natürlich mit der Zeit mal ein paar Hautschuppen drankommen. Dann einfach kurz unter warmem Wasser abspülen und dann wieder abtrocknen. Die Folie wieder drauf machen oder direkt wieder benutzen. Und dann ist es sehr, sehr lange haltbar. Also keine Angst, wenn es mal nicht mehr klebt, einfach kurz abwaschen. Dann funktioniert es wieder. Wir bleiben bei EMS, kommen jetzt aber zu einem Gerät, das noch wesentlich mehr auf dem Kasten hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich hier kommen noch Zusatzoptionen, aber wir reden ja heute von Sport. Und das ist hier auch unglaublich einfach, sich zu trainieren. Und zwar jetzt nicht nur den Bauch, sondern auch mal die Oberschenkel, die Oberarme. Und das sehr, sehr effektiv. Richtig, das ist jetzt ein Gerät, mit dem wir wirklich alles trainieren können. Wir haben wieder diese Elektrostimulation, liebe Zuschauer. Das heißt also, die elektrische Nervenstimulation, beziehungsweise Muskelstimulation, EMS-Training. Das ist der sportliche Bereich, den wir hier natürlich mit diesem medizinischen 3-in-1-Elektrostimulator ansprechen. Das ist aber nicht alles. Das heißt, ich kann auch hier wieder mit den mitgelieferten Elektrodenpads, davon haben Sie vier an der Zahl, an der Stückzahl, kann ich jetzt dementsprechend, wie du gesagt hast, den Armbereich, den Beinbereich, den Bauch, die Beine, den Po trainieren. Und das wirklich ohne Anstrengungen. Das ist aber noch nicht alles, liebe Zuschauer, denn wir reden von einem 3-in-1-Gerät. Und wir haben zum sportlichen Aspekt hier auch noch die TENS-Funktion, Ralf. Und das ist besonders wichtig, denn hier reden wir von einer transkutanen elektrischen Nervenstimulation. Und das ist wirklich toll, denn wenn ich chronische Schmerzen habe oder wenn ich immer wiederkehrende Probleme habe am Bein, Arthrose, Rheuma, ich habe Hüftschmerzen, ich habe Rückenschmerzen zum Beispiel, dann kann ich damit versuchen, meinen Schmerz zu lindern. Denn die Weiterleitung der Schmerzimpulse an das Gehirn wird unterbunden. Das ist, wie gesagt, die transkutane elektrische Nervenstimulation, die TENS-Funktion. Und das kennt man aus folgenden Alltagssituationen. Wenn ich jetzt mal irgendwo gegenlaufe und ich haue mir den Arm an, dann weißt du ganz genau, noch zwei Sekunden und dann tut es höllisch weh. Wir wissen aber, dass es ein, zwei Sekunden dauert, bis erst mal die Information von dem Arm, von der Stelle aus, wo wir uns gestoßen haben, bis an das Gehirn weitergeleitet wird. Und erst dann entsteht der Schmerz. Und das wird hier unterbunden, liebe Zuschauer. Und das ist wirklich fantastisch, denn Sie können auf jegliche Schmerzmittel ab heute verzichten. Das ist wirklich auch eingesetzt, natürlich in der Schmerztherapie und deshalb auch die medizinische Zulassung dieses Gerätes. Klasse 2a, also da muss man schon ein bisschen was dafür können, nee, sogar viel dafür können, dass man solche Zulassungen bekommt. Dritte Funktion auch noch zur Entspannung, Massage. Also das sind schon mal diese Schmerzbekämpfung, Schmerzlinderung ohne Chemie und natürlich die Massage hervorragend. Aber wir reden heute vom Sport und das sehen wir auch gleich mal, wie effektiv das ist. Wir könnten jetzt beide Arme gleichzeitig trainieren. Ich muss jetzt nur ein bisschen entwirken. Mach mal am linken Arm, Elektrode links, Elektrode rechts, angebracht an den Muskeln. Und da werden wir gleich sehen, wie Vivian hier einstellt. Aber das Schöne ist, jeder empfindet das auch anders. Und dann kann ich auch die Intensität, also die Stufen einschalten. Und wir werden das jetzt sehen, wenn sie langsam hoch geht, wie mein Arm. Du gehst mal bitte auf Sport, genau, auf den Arm. Und dann gehst du einfach mal hoch in der Intensität. So, und jetzt sehen wir schon. Jetzt, guck mal. Okay, okay, gut. Das kannst du jetzt schon mal lassen. Ich glaube, deutlich sichtbar. Jetzt wird mein Arm hier trainiert, ohne dass ich etwas mache. Ich habe die flache Hand. Und das ist jetzt so unglaublich effektiv. Ich denke mal, es kommt gut an, was hier jetzt gerade in meinem Arm passiert, ohne dass ich mich anstrenge. Es kitzelt ein wenig, aber ich finde es sogar angenehm. Und jetzt weiß ich, jetzt kann ich nebenher einen Kaffee trinken, kann Fernseh gucken oder Ähnliches und trainiere meinen Arm. Also ich glaube, man sieht es unglaublich deutlich, was hier gerade in meinem Arm passiert. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ralf, es tut nicht weh, es kitzelt ein wenig, liebe Zuschauer. Das ist wirklich fantastisch. Sie können hier natürlich auch von den Stufen her runterschalten, wenn Sie möchten. Da sehen Sie direkt, dass die Bewegung im Arm etwas weniger wird. Und das ist absolut fantastisch. Sie haben hier zwei Kanäle, Ralf hat es gesagt, vier Elektrodenpads, zum einen für die linke und für die rechte Seite zum Beispiel, die Sie auch unabhängig voneinander schalten können, wenn Sie möchten. Und das ist fantastisch. Die Behandlung dauert 10 bis 30 Minuten. Das wählen Sie auch wieder aus über den Timer. Wie gesagt, wir haben die TENS-Funktion, die Weiterleitung der Schmerzimpulse, die an das Gehirn ist, wird unterbunden. Die Transkutan-Elektrische Nervenstimulation, wir haben die EMS-Funktion, die elektrische Muskelstimulation und auch Massage kommt hier natürlich nicht zu kurz. Und das finde ich fantastisch. Und Ralf, Volkskrankheit Nummer eins ist einfach Rückenleiden, Rückenbeschwerden oder Schmerzen, die man hat. Aufgrund von der Instabilität der Wirbelsäule, dass man oft Blockaden hat oder zum Beispiel Verspannungen, dass die Wirbelsäule einfach durch fehlende Muskulatur nicht richtig unterstützt und stabilisiert wird. Und da wird vielleicht der Arzt auch schon mal zu Ihnen gesagt haben, tun Sie mir bitte einen Gefallen, machen Sie bitte ein bisschen Sport. Der Rücken muss gestärkt werden, dann hören auch die Schmerzen auf. Auch dafür können Sie diesen medizinischen Reihen-1-Elektrostimulator nutzen, liebe Zuschauer. Denn diese Elektrodenpads lassen Sie sich dann bitte einfach einmal im Rückenbereich von Ihrem Partner, Partnerin oder Freundin aufkleben, an den Stellen, wo Sie die Muskulatur stärken wollen, zum Beispiel neben der Wirbelsäule. Und dann lassen Sie das einfach mal 30 Minuten zweimal die Woche arbeiten. Und Sie werden merken, wie stabil Sie werden, dass Sie keine Rückenschmerzen mehr haben. Und natürlich im Anschluss gerne auch mal die Massage ausprobieren im Nackenbereich. Das ist grandios. Also ich persönlich finde für mich ja diese Sportfunktion unglaublich hilfreich. Für die Arme, aber auch für die Bauchmuskulatur. Da geht es ja genauso. Aber wenn man Schmerzen hat und dann immer wieder Schmerzmittel nehmen muss, das ist ja oftmals so, dass Schmerzmittel eben auch jede Menge Nebeneffekte haben. Niere oder Leber wird geschädigt oder ähnliches. Und wenn ich das damit mindern kann und nur meine Dosis an Schmerztabletten um die Hälfte reduzieren kann, dann habe ich doch schon mal einen Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht. Absolut. Und vorhin hast du gesagt, chronische Schmerzen. Aber wichtig, diese Tensfunktion funktioniert natürlich auch bei aktuellen Verletzungen. Also wenn ich meine Zerrung in der Wade habe oder mir das Knie wehtut, dann kann ich das ganz aktuell auch reinmachen. Und andere Sache wichtig noch, die Schmerzen werden zwar erheblich gemindert. Das heißt, Sie können unter Umständen sogar keine Schmerzen mehr fühlen. Aber die Ursache der Schmerzen, die bleibt, das ist kein Heilmittel. Das ist einfach etwas gegen die Schmerzen. Also wenn dann irgendwas Akutes ist, müssen Sie natürlich zum Arzt und die Ursache bekämpfen lassen. Aber hier geht es um die Schmerzlinderung. Richtig. Also wenn ich jetzt eine Schnittwunde im Finger habe, würde ich den elektrischen Stimulator jetzt nicht darauf aufsetzen. Sondern wie du gesagt hast, wenn ich eine Zerrung habe, eine Verspannung zum Beispiel, dann kann ich das nutzen. Oder Arthrose, Rheuma in den Händen, in den Fingern, Hüftschmerzen, die Sie haben, Rückenleiden zum Beispiel. Dafür können Sie das wirklich toll nutzen. Und Ralf, du hast auch wieder was angesprochen. Schmerztabletten oder die Dosis einfach mindern. Ist sehr, sehr wichtig zum einen für unsere Organe, für die Niere, für die Leber, für den Magen zum Beispiel auch. Dass wir da nicht so viele Schmerztabletten nehmen. Aber zum anderen ist das auch wichtig für unseren Körper. Denn wir machen ihn in einer gewissen Form resistent, wenn wir einfach regelmäßig Schmerztabletten nehmen. Und das heißt, wenn Sie jetzt Tag für Tag Ihre Schmerztabletten einnehmen oder auch regelmäßig, zweimal, dreimal die Woche für den Rücken zum Beispiel, weil Sie da Schmerzen haben. Und Sie werden irgendwann akute Kopfschmerzen haben und die gleiche Schmerztablette wieder einnehmen. Dann werden Sie keine deutliche Minderung spüren, liebe Zuschauer. Und deshalb empfehlen nicht nur Ärzte, sondern auch Menschen aus der Schmerztherapie wirklich, dass Sie ganz einfach versuchen, mit so einem medizinischen 3-in-1-Elektrostimulator Ihre Schmerzen zu lindern. Ja, also eine tolle, tolle Sache hier dieses Gerät für 47 Euro und 41 Cent. Sehr, sehr effektiv. Und die Bestellnummer hierfür ist die NX7387. Und ich habe schon wieder 10 Minuten trainiert, ohne mich anzustrengen. Und das können Sie zu Hause eben auch problemlos machen. EMS, Tents und Massage, also elektrische Muskelstimulation, die Schmerzlinderung, erhebliche Linderung. Und dann natürlich auch die verschiedenen Programme, nämlich genau 12 Stück fürs Wohlfühlen, für die Massage. 47,41 Euro, Bestellnummer NX7387 und die 569. Und das Gerät ist, egal in welcher Anwendung, unglaublich effektiv. So, jetzt kommen wir auch zu etwas Unglaublich Effektivem, was ich aus erster Hand Ihnen bestätigen kann. Nämlich unser bestverkaufter Vibrationstrainer. Bevor wir damit anfangen, ich habe gerade gesehen, geht aus. Wir sind hier auf den letzten Stückzahlen. Also wer einen will, sollte schnell genug sein. Aber Vivian, das ist ja ein so effektives Trainingsgerät, wie es vor Vibrationstrainer, glaube ich, noch nie möglich war, effektiv zu trainieren. Ja, ganz genau. Das ist wirklich sensationell, liebe Zuschauer. Denn das ist unser beliebtestes Modell. Und jetzt gerade haben Sie unsere elektrischen Muskelstimulatoren gesehen. Und die sind natürlich toll, um Stelle für Stelle einfach zu trainieren. Wenn Sie aber fit, gesund und aktiv werden möchten, dann, liebe Zuschauer, haben Sie wirklich mit so einem Vibrationstrainer alles richtig gemacht. Denn wo Sie normalerweise anderthalb Stunden im Fitnessstudio sich abquälen, können Sie hier innerhalb von zehn Minuten Ihr Trainingsziel erreichen. Und das ist so sensationell. Und wir haben so viele liebe Kundenzuschriften bekommen. Ralf erwähnt es immer und immer wieder. Sie werden nicht nur Ihren Traumkörper bekommen. Sie werden fit, gesund und vor allem aktiv und richtig, ja, von innen aus strahlend werden. Und das ist sensationell. Das alles mithilfe des Vibrationstrainer. Also für jedermann, der sagt, ich muss sportlich wieder aktiv werden. Klar ist das toll mit diesen Elektrostimulatoren. Aber ich möchte wirklich Sport machen. Ich möchte das fühlen, dass ich was getan habe. Dann ist das genau Ihr Gerät. Und wie das funktioniert und arbeitet, möchte ich Ihnen gerne zeigen. Denn wir haben hier eine tolle, großzügige Vibrationsplatte. Eine tolle Fläche, die mit Knoppen ausgestattet ist. Und wenn ich jetzt hier einmal an dem Bedienfeld die Vibration zuschalte und mal auf eine höhere Stufe gehe, zum Beispiel auf zehn, sehen Sie erstmal nichts. Die Vibrationsplatte scheint für das menschliche Auge still zu stehen. Wenn ich jetzt aber einmal meine Wasserkanne hier drauf setze, beziehungsweise meine Trinkflasche, liebe Zuschauer, dann sehen Sie wirklich ganz schön, wie das Wasser jetzt vibriert und arbeitet. Und so geht es Ihrer Muskulatur. Durch reines Aufstehen, draufstehen auf dem Vibrationstrainer, wird Ihre Muskulatur durch diese Vibration aufgefordert, Kontraktionen auszuüben. Das heißt, unbewusst entspannt Sie sich, Sie anspannt sich, entspannt, anspannt, entspannt, anspannt und das immer und immer wieder im Wechsel. Das ist aber noch nicht alles. Das trainiert unsere Muskulatur, die wir einfach brauchen, die wir nutzen in den Armen, in den Beinen, im Rumpf, im Bauch und auch im Po und im Rücken, überall. Zudem haben wir jetzt aber noch einen weiteren Aspekt und das macht dieses Modell so beliebt. Denn Sie können, wenn Sie möchten, kombiniert oder einzeln auch noch die Oszillation zuschalten. Achtung, Sie sehen, Vibrationsplatte steht still. Wenn ich jetzt auf On gehe, sehen wir Kippbewegungen von links nach rechts. Und das ist das, was es wirklich so entscheidend macht. Sie haben zu der Vibration diese Kippbewegungen von links nach rechts und die stabilisieren Ihren Körper. Stellen Sie sich das bitte vor, als würden Sie auf einem Kiesuntergrund gehen. Das heißt, Ihr Körper muss versuchen, diesen instabilen Boden auszugleichen. Unser Körper möchte immer im Gleichgewicht sein. Und dieses Gleichgewicht nehmen wir Ihnen hier. Und dementsprechend muss er dagegen arbeiten, damit Sie wieder das Gleichgewicht bekommen. Und so arbeitet Ihre Muskulatur. Sie werden aktiv, Sie werden fit, Sie werden Erfolge spüren, Sie werden Ihren Traumkörper bekommen. Und das Schöne ist, dass Sie zum Beispiel auch wieder stabil sein werden. Denn viele Personen, Ralf, gerade im etwas fortgeschritteneren Alter zum Beispiel, haben Probleme beim Schuhe anziehen, beim Schuhe binden, beim Treppen hochgehen, müssen sich festhalten. Wenn man beweglich ist, und das ist also hier, man muss nicht unbedingt abnehmen wollen, sondern nur ein bisschen fitter werden, beweglicher. Und das passiert hier und auch, und das begrüße ich natürlich, sehr, sehr gelenkschonend. Weil Sie wissen, ab einem gewissen Alter kommen die Zipperlein, das Knie, die Hüfte und so weiter. Und das ist jetzt die Grundstellung. Und ich habe heute Morgen ja schon trainiert. Du weißt ja, ich stehe ja jeden Morgen drauf. Und ich würde sagen, ich stehe auch gleich wieder drauf. Das ist ja kein Problem, machen wir heute ein bisschen Überstunden. Aber anders als die Trinkflasche gerade, wackele ich eben nicht so hin und her jetzt, sondern mein Körper gleicht das ja automatisch aus. Und das sind eben die Reflexe von denen Vivian jetzt gerade gesprochen hat. Und wir sehen, die Vibration kommt dann aber, das werden wir jetzt gleich deutlich sehen, oben immer noch an. Das heißt, das geht jetzt durch den ganzen Körper durch. Aber mein Körper gleicht das aus. Wenn wir aufs Wasser nochmal schauen nachher, sehen wir das auch hier. Sehen Sie, diese Vibrationen, die gehen durch den ganzen Körper durch. Und jetzt wird effektiv trainiert. Absolut. Ich habe es gesagt, zur Wunschfigur natürlich auch. Ich baue Muskeln auf, dementsprechend Muskelzellen brauchen mehr Kalorien. Und so kann ich bei gleichzeitiger Ernährungsanpassung auch schön ein paar Pfunde kurzeln lassen. Also ich werde fitter, ich werde beweglicher, ich werde vitaler. Mein Kreislauf wird angeregt. Und wenn ich das will, kann ich auch noch richtig schön damit abnehmen. Also ein tolles, tolles Gerät. Sie brauchen sich nicht wundern, warum wir alle so schwärmen vom Vibrationstraining. Ja, liebe Zuschauer, das ist wirklich ganz toll. Und ich möchte jetzt einmal entlang Lianas Körper quasi Ihnen erklären, was hier gerade passiert. Also sie steht ganz einfach in der Grundposition, etwas breitbeinig auf diesem Vibrationstrainer. Und das ist ihre Grundposition, mehr müssen sie eigentlich nicht machen. Wir sehen, die Fußflächen liegen auf und die Vibration und die Oszillation geht hier durch die Wade hoch, in den Beinbizeps, hier in den vorderen Oberschenkel, in den hinteren Oberschenkel, in den Po. Und wenn wir hochgehen, hier am Po-Bereich, am Beinbizeps, auch hier toll in die Bauchmuskulatur, die wird trainiert. Der Rücken wird stabilisiert, denn auch hier gehen diese Vibrationen, diese Schwingungen lang. Hoch bis in den Brustbereich, runter zu den Schultern, in die Arme, liebe Zuschauer. Und so haben Sie ein vollkommenes Workout durch einfaches Draufstehen. Sie werden merken, dass Sie was getan haben, aber Sie kommen nicht aus der Puste, so wie man das von normalem Sport gewöhnt ist. Dass man selbst Kraft aufwenden muss, liebe Zuschauer. Kraft wendet hier der Vibrationstrainer auf. Und hier sehen Sie in der Grafik ganz toll, was dieses Vibrationstraining für Ihren Körper macht. Die Vitalität wird gesteigert. Die Durchblutung sehr, sehr wichtig. Denn das Herz-Kreislauf-System muss einfach arbeiten. Wir müssen unseren Körper, unser Gehirn, unsere Organe mit ausreichend Sauerstoff versorgen, um zum Beispiel auch Krankheiten, die im Alltag kommen können, ja fortzubewegen. Muskeln, dann das Skelett zum Beispiel. Auch das wird gestärkt, liebe Zuschauer. Für die Nerven, für die Knochen, gelenkschonend. Und natürlich ganz großer Aspekt ist, dass Sie sich bewegen. Und Sie werden das merken. Und ich glaube, der Ralf kann Ihnen das am besten erklären, denn die gesamte Familie trainiert auf dem Vibrationstrainer. Einfach ein effektives Trainingsmittel für jeden Leistungsstand und auch für jedes Alter. Egal, aber meine Tochter, die ist jetzt, oh, warte, die wird bald 17, 16 ist sie noch. Und meine Mutter ist 76, also die stehen auch regelmäßig drauf. Meine Tochter ganz klar Bauch, Beine, Po, das hat sie gesagt, klar. Und einfach bei meiner Mutter, damit sie vital bleibt, damit sie auch beweglich bleibt und mobil. Und das ist ja das Wichtige auch im höheren Alter. Wir möchten mobil bleiben. Ich sage jetzt, ich bezeichne mich jetzt mal als Mittelalter. Aber auch da weißt du, du musst mal wieder was machen, aber überlegst du oft, was soll ich denn machen? Und das war für mich die einfachste und logischste Konsequenz, eigentlich effektiv zu trainieren mit kurzem Zeitaufwand und das Ganze auch noch zu Hause. Und was ich auch noch schön finde, dass er fast geräuschlos ist. Das heißt, ich kann das auch in Mietwohnungen, wenn ich hellhörige Nachbarn habe, ohne Probleme zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Und ich kann ihn auch noch leicht unterbringen. Wir sehen, er passt gerade unter das Bett oder unter das Sofa. Und dann ist er auch aus dem Weg. Und einmal am Tag hole ich ihn in 10 Minuten raus und trainiere. Das ist sensationell. Und Ralf, du hast wirklich komplett recht mit dem, was du sagst. Denn wir haben ja diesen inneren Schweinehund. Und das ist ja meistens das größte Problem, zu sagen, ich gehe ins Fitnessstudio. Ich melde mich an, ich kaufe mir für teures Geld Sportklamotten. Ich binde mich für 12 oder für 24 Monate und gehe dann Tag für Tag dahin, obwohl ich ganz genau weiß, ich möchte nicht, dass mich da die Person anschauen. Ich möchte jetzt nicht viel Geld für teure Sportkleidung ausgeben. Das brauchen sie ja alles nicht. Wir sehen zwar Diana im sportlichen Outfit, aber Ralf steht mit seiner Hose, mit seinen ganz normalen Straßenschuhen und in einem Hemdchen darauf, liebe Zuschauer. Und das ist kein Problem. Sie können in den einfachsten Schuhen, Socken, Barfuß, Pyjama, komplett ohne Klamotten, wenn Sie wollen, oder auch in Hemd und in Hose hier trainieren. Und das innerhalb von 10 Minuten. Der innere Schweinehund, den müssen wir nicht einmal überwinden. Denn wenn das Gerät zu Hause steht und ich weiß, dass ich 10 Minuten lang vor meinem Fernseher mich einfach ein bisschen durchschütteln und durchvibrieren lasse, reicht das komplett aus, liebe Zuschauer. Und das ist wirklich fantastisch, dass Sie hier so einfach, so schnell, so effektiv trainieren können. Und am nächsten Tag werden Sie auch einen kleinen Muskelkater spüren. Aber das ist ja das, was wir möchten. Wir möchten merken, dass unser Körper arbeitet. Gerade sehen Sie eine Übung zur Lockerung auch des Rückenbereichs. Auch das können Sie natürlich nutzen. Ich sage es immer wieder gerne, Volkskrankheit Nummer 1 ist Rückenleiden. Und auch die Rückenmuskulatur wird hier stabilisiert, wird gekräftigt. Sie werden fit, Sie werden aktiv, Sie werden sich gut fühlen. Sie werden sagen, ja, ich habe meinen Traumkörper und vor allem, ich habe auch keine Probleme mehr. Ich merke, dass ich fit bin, dass ich nicht pausieren muss, wenn ich die Treppen hochgehe. Ich merke, dass ich mir wieder alleine die Schuhe zubinden und anziehen kann, weil ich einfach wieder Stabilität habe. Und das ist wirklich sensationell. Das ist so effektiv, das ist so fantastisch und macht einfach richtig viel Spaß. Nur leider müssen wir Ihnen sagen, seien Sie bitte schnell. Und vor allem, ich brauche kein großes Zeitfenster, ich kann es nebenher machen. Ich schaue morgens Frühstücksfernsehen oder Nachrichten und dann habe ich natürlich hier den Vibrationstrainer unter meinen Füßen. Und ich kann ihn auch noch zum Lockern einsetzen. Das mache ich abends ab und zu mal, wenn mir die Füße wehtun. Einfach davor sitzen und ein bisschen die Füße lockern lassen. Aber auch die Trainingsmöglichkeiten. Sie müssen natürlich schauen, was ist Ihr Ziel. Möchten Sie einfach nur ein bisschen vitaler werden oder wollen Sie sportlich natürlich topfit werden. Dementsprechend Ihre Trainingsintensität und natürlich auch die Übungen anpassen. Aber schon allein ganz normales Draufstehen mit leicht gebeugten Knien ist schon hocheffektiv. Die Expander haben Sie auch schon gesehen, die mit dabei sind. Also mit denen kann ich nochmal zusätzlich die Arme und die Brustmuskulatur, die Schultermuskulatur, all das kann ich da nochmal sehr, sehr effektiv trainieren. Also das ist vom Feinsten. Ich stehe fast jeden Tag, sage ich mal, ich mache also wenig Pausen, aber fast jeden Tag drauf. Und ich glaube, man, man, also Sie merken es. Spätestens nach einer Woche merken Sie, wie Sie langsam fitter werden. Und jetzt geht es nur noch ums Lockern hier im Moment bei mir. Und da sehen Sie es auch. Und da zehn Minuten schon rum. Wow. Sehen Sie, Timer ist auch noch drin. Zeigt Ihnen sofort, wenn zehn Minuten fertig sind. Dann, wenn Sie möchten, Überstunden machen. Aber zehn Minuten am Tag reichen vollkommen aus. Absolut. Zehn Minuten am Tag reichen vollkommen aus, liebe Zuschauer. Sie können natürlich auch ein bisschen mehr machen. Sie werden sehen, das sind gar keine Anstrengungen. Ralf spricht mit Ihnen, trainiert währenddessen. Er hält die Expander zum einen, um entweder die Armmuskulatur zu trainieren oder auch einfach, um den festen Stand zu haben. Und das ist fantastisch. Die Bestellnummer hierfür, und da müssen Sie schnell sein, Sie sehen, unser beliebtester Vibrationstrainer geht aus. Die Bestellnummer ist die NX1104 und die 569. Machen Sie es wie ich. Machen Sie den ersten Schritt. Fangen Sie an zu trainieren. Und das Ganze für wirklich tolle und supergünstige 237,41 Euro. Jetzt hat Vivian vorhin von dem inneren Schweinehund gesprochen und oftmals braucht man ja einen, der einen antreibt. Das muss nicht unbedingt eine Person sein. Natürlich schön, wenn man sich so einen persönlichen Fitnesstrainer leisten kann, der einem immer hinterher rennt und sagt, mach noch, mach noch, mach noch. Aber das geht auch einfacher und zwar mit einem Fitnesstrainer im Prinzip am Handgelenk, einem Motivator, einem virtuellen Tritt in den Hintern. Und das ist es ja, die Motivation, was das ausmacht, den Erfolg von Fitnessarmbändern. Und hier sehen wir, die Anna trägt schon ein. Und Vivian, du liest jetzt gerade ganz, ganz aktuelle Werte, oder? Absolut, denn 129, 130 Schritte, liebe Zuschauer, das alles sehe ich hier auf diesem tollen Smartphone, beziehungsweise natürlich auf der passenden App, die ich habe. Das ist sensationell. Zum einen können Sie all Ihre Daten auf dem Smartphone sehen. Sie können es aber auch, wenn Sie möchten, direkt auf dem Fitnessarmband ablesen. Und das ist so fantastisch. Ich habe hier eine komplette Auswertung von den Schritten, die ich zurückgelegt habe, über den Tag verteilt. Ich sehe zum Beispiel, ich kann mir, also ich sehe einfach alles. Ich kann mir ein Ziel legen zum Beispiel, wie viele Schritte möchte ich am Tag gehen? Wie viele Kalorien möchte ich verbrennen? Welche Strecke möchte ich hinter mich legen? Das ist nicht nur in Kombination mit Sport wirklich fantastisch, sondern auch einfach für den Alltag. Und Sie sehen, die liebe Diana hat gerade den Vibrationstrainer noch einmal eingeschaltet. Und wir sehen die Schritte, die jetzt hier wirklich laufen, wie sie hochzählen. Denn auch diese Schwingungen der Vibrationsplatte werden als Schritte errechnet. Sie sehen also sehr effektives Training. Wir sehen die Kilokalorien, die sie verbrennt. Wir sehen die Distanz, die sie hinter sich legt. Wir können hier in den Details sehen, wie viel sie in den letzten Tagen gegangen ist. Wie viele Kilokalorien sie verbrannt hat. Dann können wir hier extra für uns tolle, tolle Einstellungen vornehmen. Wie alt sind Sie? Wie groß sind Sie? Dass alles perfekt auf Ihren Körper errechnet wird. Und natürlich haben wir hier auch, und das ist für mich besonders wichtig, einen optischen Herzfrequenzmesser. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Denn Sie haben hier nicht nur Ihre Fitnessdaten auf einen Blick, sondern auch Ihre Gesundheit, beziehungsweise den Zustand, wie ist der Puls, wie ist die Herzfrequenz. Ja, und das kann ganz, ganz wichtig sein in der Trainingsphase für Sportler ist es wichtig, weil sie eine gewisse Pulsfrequenz erreichen müssen, um die Trainings, die Effektivität des Trainings zu erzielen. Aber für andere ist es gut, weil der Arzt gesagt hat, bewegen Sie, machen Sie Sport, aber gehen Sie nicht über 120 zum Beispiel an Puls. Jetzt sehen wir hier beim Sport, aber das Tolle an so einem Fitnessarmband ist, das ist ja auch für unsportliche Menschen, die einfach sich vornehmen, ich möchte mich mehr bewegen. Und wenn jetzt jemand zu Ihnen zu Hause sagt, beweg dich mal ein klein bisschen mehr, ja, was mache ich dann? Ich weiß ja gar nicht eigentlich, wie viel ich mich bewege. Und ich würde jedem raten, einfach dieses Fitnessarmband mal anzuziehen, einen Tag einfach zu tragen und am Abend zu schauen, was, wie viele Schritte bin ich denn gelaufen. Und dann kommt eine Zahl raus von mir aus, sagen wir mal 5000 Schritte. Und wenn jetzt jemand zu mir sagt, beweg dich mehr und du selber auch sagst, ich möchte mich mehr bewegen, dann setzt du dein Ziel einfach, ich sage jetzt mal, 10 Prozent höher. Am nächsten Tag 5500 Schritte. Und so wirst du eben immer fitter und du wirst motiviert, weil wenn du abends auf dem Sofa oder wenn du heimkommst und da steht 97 Prozent erreicht, dann mache ich die drei Prozent noch, dann laufe ich halt nochmal um den Block. Und dann ist es auch ein tolles Gefühl, wenn mir mein Fitnessarmband sagt, oh ja, wunderbar, 100 Prozent erreicht. Aber das kann ja noch mehr, weil es ersetzt ja im Prinzip auch mein Smartphone ein klein wenig. Ganz genau, es ersetzt auch mein Smartphone. Denn Benachrichtigungen bekommen Sie natürlich auch auf Ihrem Fitnessarmband angezeigt. Wir sehen hier ein ganz tolles XL-Touch-Display. Da können Sie ganz einfach rüberwischen und dann dementsprechend schauen, habe ich neue Nachrichten bekommen. Ich möchte, dass jetzt mein Puls gemessen wird. Oder zum Beispiel, wenn man möchte, natürlich auch die Kilokalorien, die man verbrannt hat, die Strecke, die man hinterlegt hat, all das sieht man hier wirklich toll auf dem Display. Sie müssen einfach nur Ihr Smartphone via Bluetooth mit diesem Fitnessarmband koppeln. Und schon geht es los, Ralf. Auch über Nacht sollte man das tragen. Denn wir haben ja auch eine Schlafüberwachung. Das heißt, da sehe ich, wie lange war ich in der Tiefschlafphase oder wie lange brauchte ich zum Einschlafen. Unglaublich umfangreich. Fitnessarmband, also Schrittzähler, Motivator ist es. Gleichzeitig ein Pulsmesser integriert, hat einen Hochleistungsakku drin. Ich kann übrigens diese Pulsmessung dynamisch, also immer wieder im gleichen Rhythmus machen. Und dann hält der Akku immer noch, ohne an die Ladestation zu müssen, fünf Tage lang. Also das ist ein Fitnessarmband der Extraklasse. Sie sehen auch die unverbindliche Preisempfehlung. 99,90 Euro. Hier bekommen Sie das für 47,41 Euro. Es ist denkbar einfach abzulesen. Es ist denkbar einfach zu bedienen. Und dann kann ich auch noch eine Langzeitauswertung machen. Wow. Jetzt sind wir schon bei 516 Schritten. Geschlafen haben wir heute noch gar nicht. Das haben wir gerade gesehen mit der Mondphase. Da sehen wir das halt deutlich. Und so kann ich das messen. Und wie übersichtlich das dargestellt wird in Ihrem Smartphone dann mit der kostenlosen App. Ich glaube, das hat Vivian jetzt eindrucksvoll gezeigt. Absolut, liebe Zuschauer. Sie sehen, Sie können hier in dem Menü einfach alles einstellen. Zieleinstellung. Wie lange möchten Sie schlafen? Wie viele Schritte möchten Sie zum Beispiel gehen? All das können Sie wirklich individuell auf sich einstellen und dann dementsprechend nutzen. Persönliche Informationen, die hier eingegeben werden. Der Geburtstag, das Geschlecht, das Gewicht zum Beispiel. Damit alles wirklich perfekt auf Sie errechnet werden kann. Und das finde ich toll. Ich finde, es sieht super schick aus. Liegt wirklich ganz toll am Handgelenk. Dank des Silikonarmbands mit dem tollen XL-Touch-Display. Und vor allem wichtig, wie gesagt, dynamisch und permanent alle 5 Minuten. Diese Herzfrequenzmessung, die wirklich besonders wichtig für die Gesundheit ist. Ja, und die Bestellnummer für dieses Fitnessarmband der neuesten Generation ist die NX 4286 und die 569. Wie gesagt, mit Puls, mit dynamischer Herzfrequenzmessung, wassergeschützt ist das Ganze natürlich auch. Per Bluetooth verbinden, Fitnessarmband, Schlafüberwachung. All das gibt es für 47,41 Euro. Und das ist im Vergleich fast geschenkt. Sie sehen das große, übersichtliche Display hier, wo ich alle Werte direkt ablesen kann. Oder dann per Bluetooth-Verbindung auf meinem Smartphone mit der sehr, sehr komfortablen App. Also Daumen hoch, wenn Sie auf der Suche waren nach einem Fitnessarmband, dann dürfte das erste Wahl sein. Für alle, die später eingeschaltet haben, jetzt schauen wir uns die Produkte nochmal an, die heute für, ja, ich sag mal Fitness für jedermann versprechen. Und begonnen haben wir mit einem hocheffektiven Bauchmuskeltrainer. Ein Bauchmuskeltrainer, ein Sixpack-Trainer, liebe Zuschauer, den können Sie direkt von der Couch aus beim Einkaufen oder beim Hausputz tragen. Der verschwindet quasi unter jeder Kleidung, da er nur 40 Gramm leicht ist und wirklich sehr, sehr schön schmal. Sechs Elektrodenpads, die stimulieren und trainieren Ihre Bauchmuskulatur genau an den Stellen, wo Sie sagen, ich möchte Funde purzeln lassen oder auch Muskulatur zulegen, um zum Beispiel ein Sixpack zu bekommen. Sie sehen, super einfach, selbsthaftend einmal anlegen, ein Trainingsprogramm und dann mit der Intensität variieren. Elektrische Muskelstimulation, fast von allein quachsen die Bauchmuskeln, egal ob Männlein oder Weiblein. Die Bestellnummer NX8583 und die 569 und der Preis gerade mal 18,91 Euro. Wir bleiben ungefähr im gleichen Bereich, nämlich EMS, elektrische Muskelstimulation, aber gehen jetzt in sämtliche Körperpartien und haben noch beim nächsten Gerät ein paar Optionen mehr. Und deshalb hat dieses Gerät auch eine medizinische Zulassung der Klasse 2a. So sieht es aus, liebe Zuschauer, denn mit unserem tollen 3-in-1-Stimulator können Sie nicht nur Ihre Bauchmuskulatur trainieren, nein, Sie können wirklich alles trainieren, denn die vier selbsthaftenden Elektrodenpads, die positionieren Sie an Ihren gewünschten Stellen für die sportliche Funktion, die EMS-Funktion, aber auch zur Schmerzlinderung, denn wir haben die tolle TENS, die transkutane elektrische Nervenstimulation, als Funktion, die Ihren Schmerz lindern kann. Zudem gibt es auch noch die Massage, alles bis zu 40 Intensitätsstufen, schaltbar, so wie Sie das gerne wünschen und brauchen. Und so tut es nicht nur wohl, lindert den Schmerz, sondern macht uns auch sportlich fit für den Frühling. NX 7387 und die 569 ist die Bestellnummer und der Preis 47,41 Euro. So, jetzt werden wir ein bisschen aktiv und wir kommen zu meinem Lieblingssportgerät. Und Diana hat mir jetzt gerade die maximale Geschwindigkeit der 15 Stufen aufgebrannt, aber ich trainiere ja schon eine Weile, also damit kann sie mich nicht erschrecken. Es ist einfach unglaublich effektiv, unser beliebtester Vibrationstrainer. Ja, liebe Zuschauer, und der ist nicht ohne Grund der beliebteste, denn Sie haben hier zum einen die reine Vibrationen und wenn Sie möchten dazu passend auch noch Kippbewegungen von links nach rechts, die Sie stabilisieren, die Sie fit, gesund machen. Und das innerhalb von 10 Minuten. Für jedermann, der sagt, ich muss eigentlich Sport machen, aber mein innerer Schweinehund lässt irgendwie nicht zu, dann ist das genau das richtige Produkt, denn damit werden Sie wirklich sportlich fit, aktiv, gesund und schön. Ja, die Bestellnummer ist die NX 1104 und die 569 für unseren hocheffektiven Fitnesstrainer, Vibrationstrainer, den man zu Hause auch in jeder Mietwohnung benutzen kann, aber Sie haben es vielleicht gesehen, er geht aus. Wir sind auf den letzten Stückzahlen, also am besten gleich ans Telefon, 237,41 Euro, das ist der TV-Sonderpreis. Und zu guter Letzt kamen wir zu unserem Motivator, zu unserem persönlichen Fitnesstrainer. Und man nennt das heutzutage natürlich Fitnessarmband und wir haben eines der neuesten Generationen mit vielen, vielen Optionen, die Sie unterstützen bei Ihrem Fitnessbemühungen. Ralf hat absolut recht, liebe Zuschauer, dieses Fitnessarmband ist wirklich etwas für jedermann, denn das ist Ihre Nachrichtenzentrale, das ist Ihr Personal Trainer direkt am Handgelenk, der Ihnen alle wichtigen Daten direkt liefert. Die Strecke, die Sie zurückgelegt haben, die Kilokalorien, die Sie verbrannt haben, Ihre Herzfrequenz, ganz wichtig, Gesundheit steht an erster Stelle und auch Ihre Fortschritte, denn Sie legen Ihre Ziele fest und bekommen zudem auch noch Benachrichtigungen vom Smartphone direkt auf Ihr Handgelenk. Das Ganze einmal via Bluetooth koppeln und schon sehen Sie alles Wichtige direkt an Ihrer Hand. Ja, Pulsüberwachung und natürlich auch die Motivation für Sie, sich zu steigern, sich mehr zu bewegen, fitter zu werden, ob das im normalen Alltag oder beim Sport ist, ist hierbei ganz, ganz egal und das zu einem sensationellen Preis. Also ich hoffe, Sie haben jetzt Ihr neues Lieblings-Fit-Mach-Produkt gefunden, ob das nur die Bauchmuskeln sind, der ganze Körper per EMS oder natürlich mein Lieblingsgerät, wenn Sie schnell gesucht sind, der Vibrationstrainer. Und damit Sie auch wirklich täglich motiviert waren, zum Schluss natürlich nochmal das Fitnessarmband. Machen Sie was für Ihre Fitness, wenn, ja, früher hat man gesagt, zu viel Sport ist nichts, aber ein bisschen, das muss sein, dann fühlt man sich auch gleich viel vitaler. Beim Sport werden auch noch Endorphine, auch beim Fitnesstrainer ausgeschüttet. Man ist viel besser gelaunt und das können Sie auch haben. Machen Sie sich fit, machen Sie sich gut gelaunt, rufen Sie jetzt an und wir drei wünschen Ihnen dann viel, viel Erfolg bei Ihrem persönlichen Training.